Ich hoffe, jetzt wird gleich da hinten durch die Tür Milo Manara kommen. Es ist so, der hat die Fans wirklich noch, der hat das Signierstunden für den Panini-Verlag gemacht, der bis zum letzten Moment hat noch gezeichnet. Tolle Zeichnungen für die Fans gemacht. Ihr habt morgen auch die Möglichkeit, da muss aber das Losglück nachhelfen, auch vielleicht eine tolle Zeichnung von Manara zu bekommen. Meldet euch rechtzeitig beim Panini-Verlag und vielleicht habt ihr Glück. Und der Mann macht wirklich tolle Zeichnungen. Und ich bin sehr, sehr stolz, obwohl ich als Festivalleiter viel zu tun habe, dass ich doch noch diesen Job bekommen habe und mich mit einem meiner Idole hier auf der Bühne unterhalten darf. Heißt bitte mit mir zusammen Milo Manara willkommen. Ja, Signor Manara, wie haben Sie bisher das Comic-Festival empfunden? Vielen Dank. Ja, also bis jetzt gefällt mir das Festival sehr gut, weil er noch nichts machen musste. Ja, der hat aber eben die ganze Weile schon signiert, also nichts sieht anders aus. Ja, für ihn ist das anscheinend nichts. So, und er hat das aber schon öfters mitgemacht, zum Beispiel in Köln. In Köln hat er sich dann die Kategorale angeschaut, die er dann auch mit Fellini in einen Comic eingebaut hat. Und genau, das hat ihm sehr gefallen. Sie wollen sich am Sonntag auch wirklich München anschauen. Aber was interessiert sich denn besonders für unsere Stadt? Domenica Dei wille sehen Monaco. Was interessiert die Stadt? No, beh, stamattina sono andato a vedere la Pinagoteca, quella dell'arte classica, diciamo, dell'altra tipa, è straordinaria. Non avevo mai visto tanti Rubens insieme, ha una collezione di Rubens enormi. È veramente straordinaria. Ero stato anche ad Anversa, a casa di Rubens, ma un numero così importante di Rubens non è la prima volta che li vedo. Poi anche, in generale, insomma, i tedeschi, quantunque il periodo più importante sia all'espressionismo, diciamo, tedesco, ma Jura, per esempio, ci sono due o tre cose di Jura che sono sostituite. Già, è importante, sì. Poi, io da Verona non sono molto lontano da Monaco, quindi, insomma, anche per ragioni turistiche anche per ragioni turistiche. Also, er war ja schon in der Alten Pinakothek und er ist beeindruckt von Rubens Werken und dem, also wie viele Rubens Werke es eben in der Alten Pinakothek gibt und ihm gefällt auch sehr der Expressionismus und unter anderem meint er, dass er eben von, also in Verona, wo er wohnt, nicht so weit weg jetzt ist und deswegen aber noch viele Dinge zu sehen gibt. Ja, also etwas zurück in der Zeit. Ich bin häufig in Italien in Urlaub gewesen und ich hatte den Eindruck Comics sind dort viel viel wichtiger als bei uns. Es werden dort unheimlich viele Comics gelesen, die werden auch wirklich gelesen, die werden dann danach vielleicht in den Müll geschmissen, die werden auf dem Strand gelesen, die werden nicht gesammelt, die werden nicht geschont. Was haben Comics in ihrer Jugend und zwar nicht so weit weggebracht, die werden nicht so weit weggebracht. Was haben die Fumette für Sie in der ihrer Gioventude? In der Gioventude habe ich nicht sehr wichtig, denn meine Mutter war eine Maestra in der Antike, und nicht sehr die Fumette war. Die Fumette waren etwas sehr diseducativer, weil sie nicht mehr so viele Fumette waren. Ich habe die Fumette gefunden, rund um 20 Jahre alt, nachdem die Fumette war, und dann habe ich die Fumette gefunden, die Fumette hatten auch ein Fumette, für die Jugendliche, nicht nur auf dem Erochismus, sondern auch auf dem Kulturellen in general. Aber in Italien... In Italien ist die Telefonnummer sehr wichtig, aber auch in Italien ist die Telefonnummer sehr wichtig. In Italien ist die Telefonnummer sehr wichtig. Vielleicht sind sie ein bisschen mehr populärer in der Literatur, aber es gibt nichts mehr zu betrachten. In Italien sind sie wirklich wichtig, auch in den USA. Aber in Italien sind sie nicht so wichtig. Leider ist er der Meinung, dass in Italien die Comics nicht wirklich so viel Bedeutung haben, eher Fernsehen und andere Medien. Deswegen ist der Bekannter von Comics in Italien relativ. Es ist eher so, dass er auf andere Länder ausweicht, zum Beispiel Frankreich, und meint, dass es dort eine größere Bedeutung hat. Ja, ich habe aber auch den Eindruck, in Italien ist es relativ einfach, als Disney-Zeichner zum Beispiel einzusteigen. Ganz, ganz viele Disney-Comics werden ja in Italien nicht nur gelesen, sondern auch gezeichnet. Fast alle Comics, die bei uns in den lustigen Taschenbüchern veröffentlicht werden, stammen aus Italien. Es gibt serien wie Diaboli und Dillendog, wo ganz ganz viele Zeichner dran arbeiten. Es ist wahrscheinlich schwer in Italien wirklich einen Einstieg zu finden mit eigenen Comics, mit neuen Figuren, die man selbst entwickelt hat. Oder täuscht dieser Eindruck? In Italien ist es so, dass mit Disney-Zeichnern, oder anderen sehr известnissenen, es ist sehr einfach zu machen. Es ist eher schwer zu machen. Es ist ein Stück mit kleinen Storien, Ja, es ist nicht so, die wie in den Titeln von der Autoren und der Film, oder industriellen Technischen. Das ist wie in den USA, die wir nach der Film oder den Film-Konflügel haben, es ist eine große Bedeutung von Film-Konflügel. In Italien gibt es eine große Produktion von Film-Konflügel, aber in einem großen Pflügel-Konflügel grafico e soprattutto per merito di un editore che è Bonelli, che fa questi fumetti quindicinali che sono Tex, Dylan Dog, Martin Mister, Nathan Never, cioè tutta una serie di fumetti che hanno un discreto successo. Per quel che riguarda il fumetto d'autore, cioè i fumetti, i graphic novel, cioè quelle storie che sono un po' di narrativa e che non sono seriali, chi ha la fortuna di avere un grosso editore, come per esempio nel mio caso che ho Mondadori, ma anche altri, ci sono anche altri editori, diciamo che si può sopravvivere, ma non si diventa ricchi. E comunque non c'è paragone, ecco, tra questi fumetti di Bonelli, cioè quelli che ho nominato prima, e il fumetto d'autore. Io se dovessi vivere solo con quello che pubblico in Italia dovrei cambiare il mestiere, per fortuna ho altri editori nel mondo che mi permettano di, io non sono ricco, ma comunque non mi lamento minimamente, insomma sto benissimo e posso fare il mio lavoro con tutta tranquillità. Er ist auch der Meinung, dass wenn er nur in Italien seine Comics veröffentlicht hätte, dass er jetzt nicht dort wäre, wo er jetzt ist. Und er ist glücklich, dass er das nicht nur so gemacht hat, durch seinen Verleger, auch Mondadori, der ihm vieles ermöglicht hat. Er ist auch der Meinung, dass man, wenn man Glück hat und auch einen kleinen Verlag findet, der einen sehr gut unterstützt, dass man da auch natürlich bekannt werden kann, aber jetzt nicht auf so hohem Niveau, wie es jetzt die Serienveröffentlichungen machen. Aber als Zeichner einer etablierten Serie einzusteigen, das war nie wirklich eine Opzion für Sie, Emanara, oder? Er ist auch für die Serie, da einzusteigen. Per lei non sarebbe mai stato possibile di entrare in una Serie già finita, che lei sarebbe... Ma non lo escludo, perché poi questo mestiere non è solo un'ispirazione divine, insomma, è anche proprio una professione che deve fare i conti con il proprio mestiere, insomma, quindi io non lo escludo per niente, anzi. Ma finora, solamente quando ho iniziato mi hanno dato una serie già cominciata, ma poi per il resto io ho avuto la fortuna di poter scegliere sempre cose nuove. Ecco, se c'è una parola che può veramente riassumere i miei 40 anni e più di carriera è fortuna. Insomma, io sono stato davvero fortunato per i tempi che ho vissuto, per il momento, per aver incontrato degli artisti enormi, tra cui Uvo Pratt, Fellini, eccetera, Jodorowsky, che mi hanno sempre fatto vedere questa professione come una vera festa, insomma, è come andare a Lula Park. Per me, io passo di sorpresa in sorpresa e ho avuto questa fortuna, diciamo. Però se dovessi poi affrontare un personaggio seriale potrei anche farlo, ecco. Non lo vedo per niente come un'umiliazione o un arretramento, insomma. Adesso, per esempio, sto facendo delle copertine per la Marvel, che è quanto di più popolare ci sia, ma credo che faccia parte proprio dell'essenza stessa del fumetto a essere così popolare, insomma. E non mi dispiace per niente, anzi. La idea che, non so, nel l'Oregon ci sia qualcuno che possa sognare con il mio disegno, mi fa molto piacere. Allora, non, è stato proprio un problema, per lui un'umiliazione o che è stato fatto. Und ohnehin hat er damit angefangen, hat er gemein. Und er hat auch gesagt, dass seit 40 Jahren, die er jetzt diesen Buch führt, ist das einzige Wort, mit dem er diese 40 Jahre beschreiben müsste, eigentlich Glück. Weil er eben das Glück gehabt hat, Verleger zu treffen. Und eben das Glück gehabt hat, so viel Erfolg mit seinen Zeichnungen zu machen. Und eben auch wahnsinnig gute Zeichner in seinem Leben kennengelernt hat, wie zum Beispiel Hugo Pagd oder Fellini. Und jetzt zur Zeit zeichnet er ja auch für Marvel. Und es ist ja eigentlich schon ein fertiges, also jetzt nicht fertig, aber schon eine werte Story. Und er sagt auch, dass das die Essenz des Comics ist. Ja, Sie erwähnten natürlich eben den Namen Hugo Pratt. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Weggefährte von Ihnen. Sie haben ja auch mit ihm zusammengearbeitet, er hat Ihnen Texte geschrieben. Sie haben ihn sogar als Comicfigur in Giuseppe Bergmann auftreten lassen. Wie wichtig waren für Sie die Comics von Hugo Pratt, die Korto-Maltese Geschichten? Wie wichtig ist es? Wie wichtig wurde Hugo Pratt für Sie? Sie haben viel Arbeit mit ihm und hat ihn in einem Comic. Giuseppe Bergmann, wie ist die Collaboration? Ah, beh, intanto con Hugo Pratt c'è stata prima di tutto un'amicizia, una complicità veramente fraterna, perché forse chi conosce un po' l'Italia sa che i veneziani parlano solo il dialetto veneziano, non parlano l'italiano, quindi si trovano molto a loro agio quando trovano un altro Veneto che capisca bene il dialetto veneziano, insomma, per un veneziano è importante la venezianità, si sa che gli italiani non esistono, in realtà esistono i napoletani, i veneziani, i fiorentini, i milanesi, l'Italia divisa in comune non è mai stata una vera nazione unita, è un'unione artificiale in Italia e ognuno è orgoglioso della propria città, della propria provenienza, ma non parlo che ci sia una grande inemicizia fra nord e sud, ma è proprio fra città e città che c'è l'inemicizia, cioè fra veneziani i padovani non si possono vedere, perciò io essendo anch'io veneto già ero ben equipaggiato diciamo per godere di questa amicizia di Ugo Pratt, poi è diventata davvero un'amicizia fraterna, ecco lui era il fratello maggiore e poi io sono l'unico disegnatore al mondo e resterò l'unico disegnatore al mondo che ha disegnato delle storie di Ugo Pratt, lui non ha mai scritto storie per nessun altro disegnatore che per me, avevamo in programma anche una terza storia e solo che il destino poi ha deciso diversamente, insomma, quindi per me la figura di Ugo Pratt è stata fondamentale, ecco fin dagli inizi, poi il merito o la colpa che io abbia cominciato a fare il fumetto d'autore, quindi a scrivere anche le mie sceneggiature è proprio di Ugo Pratt, ecco mi ha obbligato a fare questo salto perché alla fine la considerazione che io avevo per il fumetto è proprio aumentata mentre lo facevo, insomma ho capito che era qualcosa molto più importante del gioco che credevo fosse all'inizio, ecco questo grazie proprio Ugo Pratt sta facendo un discurso molto lungo e non mi ha messo di più volte, non mi ha fatto la falsa posta per la compagnia e che venne, anche se come in Italia, come in Italia e come in Italia, come in Italia e così, la mia stazione è stata fondamentale, perché non mi ha mai una stazione di tutta in Italia, quindi non è un conflitto Nord-Süd, ma un conflitto di Statt zur Stadt. Und deswegen war es erstmal Freundschaft aufgrund der gemeinsamen Stadt. Und dann eben aufgrund von eben, also dass er durch Hugo Pratt in Comics kennengelernt hat und überhaupt in die Stufe erstmal reingekommen ist, das hat er alles ihm zu verdanken. Und sie hatten auch beide eigentlich noch ein drittes Band vor. Und er hat eben gemeint, dass es, ja, dass eben das Schicksal das anders wollte. Ja, Hugo Pratt steht ja eigentlich, wenn man Hugo Pratt hört, er deckt bei ihm das Wort, das Wort Abenteuer. War der Mensch Hugo Pratt, war der Abenteuerlich? War das ein Abenteurer? Wie war der so? Tutte la persona Hugo Pratt, com'era? Molto tan aventuroso, tante esperienze. Hugo Pratt, la caratteristica principale di Hugo Pratt, era che a differenza di altri grandi narratori, lui ha vissuto veramente come come le storie che raccontava. Ci sono altri grandi narratori, beh, sappiamo che alcuni hanno vissuto come le storie che raccontavano. Cetuin, certamente è stato uno dei grandi narratori di avventura che ha vissuto questa avventura. Ma, per esempio, in Italia c'è un altro autore, dalla fine dell'Ottocento, primi 1900, che è Salgari, che non si è mai mosso dal proprio studio e ha raccontato, però, avventura che si svolgevano in tutti gli angoli del mondo. Ma, Ugo Pratt, invece, voglio raccontare un aneddoto. Allora, in Brasile è stato fatto uno sforzo per creare l'anagrafe anche nella giungla massonica, nella foresta massonica, per cercare di creare una situazione anagrafica, diciamo così, regolare. Quindi veniva offerto dal denaro alle ragazze, madri, che fossero in grado di identificare il padre del loro figlio, proprio per poter organizzare un'anagrafe precisa. Ora, in uno di questi uffici, che era una baracca di legno nella foresta, passava Ugo Pratt, appunto, e aveva sentito delle grida di donna, di una ragazza con il bambino in braccio, che diceva, io voglio questi soldi, perché ho bisogno di questi soldi. E l'ufficiale di anagrafe diceva, io non te li posso dare, finché non mi dici chi è il padre del tuo bambino. E il padre del bambino, io non lo so, ma i soldi li voglio. E allora Ugo Pratt ha riconosciuto questo bambino, diceva, esse è mio. Allora, questa ragazza, contenta, è andata nel suo villaggio e una mezz'ora dopo sono ritornate 5-6 ragazze con i bambini. E Ugo Pratt dice, tutti i miei, li ha riconosciuti tutti. E anni dopo, dice che era ritornato negli stessi luoghi, ha trovato un indio con una piuma nel naso e diceva, papà, salmai. Questo era Ugo Pratt, era veramente questo, Ugo Pratt. Ja, also ein sehr, sehr aufregender Mensch, genauso wie in seinen Geschichten ist er eigentlich im wirklichen Leben gewesen. Da haben wir jetzt gerade eine kleine Geschichte erzählt, um zu beschreiben, wie er wirklich war. Und zwar wurde in einem kleinen Urwaldsdorf eine Auflistung aller Menschen gemacht, also aller Väter, von Kindern, man muss ja... In Brasilien. In Brasilien, genau. Also eine Auflistung von den Bürgern, die dort wohnten, gemacht und deswegen musste jede Mutter den Vater des Kindes angeben. Und dafür hat man eben Geld bekommen. Und eines Tages kam er an einer Hütte, in der diese Befragungen gemacht wurden, vorbei und hörte Geschrei und also Weinen und kam in diese Hütte rein und diese Mutter konnte nicht sagen, wer der Vater ihres Kindes war. Naja, und dann hat sich Ugo Pratt eben gedacht, okay, dann helfen wir ihr jetzt mal weiter und das war dann auf einmal sein Sohn. Und so ging das dann mit sechs weiteren Frauen und irgendwann kam er in dieses Dorf zurück und dann schaute ihn ein Indigo an und sagte, Papa. Ja, Sie haben ja Ugo Pratt, wie ich erst schon erwähnt habe, auch in Ihrem ersten Giuseppe Bergmann-Comic persönlich auftreten lassen. Hätte mich interessiert, ob Sie das mit ihm abgesprochen haben, haben Sie es angekündigt, haben Sie ihn damit überrascht und wie hat er die Sache aufgenommen? Als Comicfigur ist er da aufgetreten. Ja, Giuseppe Bergmann, Voi avete fatto la figura di Ugo Pratt, se l'avete domandato prima che l'avete fatto, oppure sei stato un sorpreso? No, certamente sì, sì, è stato lui, anzi che aveva molto piacere di essere inserito dentro, perché Pratt ha collocato il suo personaggio, tutti i suoi personaggi possiamo dire, all'inizio del Novecento, cioè in quel momento cruciale in cui il mondo, diciamo così, stava cambiando, la vela cedeva il posto al motore nella grande navigazione e la catena di montaggio sostituiva il lavoro artigianale, diciamo così, era proprio il momento della trasformazione, era il momento in cui è tramontata la grande tradizione della letteratura di avventura anglosassone, con i London, Stevenson, Melville, Kipling, cioè la grande tradizione della grande avventura, della grande letteratura d'avventura, lasciava il posto invece a un altro tipo di letteratura, che era quella, in Italia si dice gialla, cioè polisiesca, che ha una connotazione completamente diversa, insomma non è più la grande avventura in senso dantesco, o nel senso dell'odissea, cioè l'avventura dell'uomo, ecco, che si mette da solo di fronte al mondo, per conoscerlo, per conoscerlo, c'è un verso nella Divina Commedia, sto facendo troppo lungo, vero? No, solamente una domanda, come ha fatto questo cambio adesso dalla domanda di, se l'ha domandato, nel... Dunque la domanda è... Ah sì, è lui che era d'accordo? Ah sì, sì, sarebbe... Ah sì, no, io mi rendo conto che sto prendendo le cose molto alla lunga, però posso tagliare, allora, sì. Non sapeva, non sapeva, ero d'accordo, sì, no, anzi, abbiamo parlato insieme. Also in, in... Posso fare una risposta più articulata, ma... Also in kurza forma, ja, er hat ihn gefragt und er war sogar, also, er war total begeistert, das zu machen und endlich mal in sowas vorzukommen. Und dann hat er von den großen literarischen Umschwung gesprochen, aber das hat da wirklich sehr weit ausgearbeitet. Sì, no, perché, no, questo lo devo dire, Pratt era il sommo sacerdote dell'avventura, insomma, del racconto dell'avventura, dell'avventura vissuta. Quindi lui, per fare questo, aveva collocato il suo personaggio, diciamo, in un periodo mitologico di cambiamento. Ma io invece ho collocato il mio personaggio nella qualità di oggi. Quindi lui aveva piacere, in questo senso, di partecipare a questa avventura moderna, diciamo, perché il suo alter ego, Porto Mattesi, invece, viveva in un momento in cui non c'erano problemi di parcheggio, di dogane. Porto Mattesi aveva il mondo a disposizione. Mentre Giuseppe Barma, che era il personaggio che io ho proposto, il nome me l'ha suggerito lui, fratto, fa i conti con i limiti di questo mondo, insomma, quindi lui aveva molto piacere di partecipare a questa rilettura, ecco, c'è un quadro lì che mi fa, che mi ricorda molto Turner, no? C'è un quadro di Turner, inglese, in cui c'è un grande veliero che è rimorchiato da un rimorchiatore a motore. Ed è proprio quella l'essenza del cambiamento della situazione di Pratt. Cioè c'è un rimorchiatore a motore che sta trainando un veliero che sta andando al disarmo, insomma sta andando alla distorsione del quadro lì e me lo ricorda molto. E questo è proprio lo spirito di Ugo Pratt, cioè un mondo che sta cambiando e noi dobbiamo arrendersi. Ora lui aveva proprio piacere di partecipare anche a questo secondo mondo, questo mondo del motore, insomma. Ecco, ho risposto proprio molto, molto esaurientemente. Però si poteva solamente dire sì, come ho detto prima, ma forse è interessante. Also, im Grunde, Ugo Pratt war ein sehr, also in der Tradition, also sehr altmodischer Mensch, aber er hat trotzdem akzeptiert und fand es gut, in dieser Moderne aufzutreten. Und dieses Bild da hinten erinnert ihn daran, ein Bild von Turner, da ein motorbetriebenes Schiff mit einem windbetriebenen Segel einfach dahinzieht und eben das Moderne in der alten Welt vorkommt. Und wir, hat er gemeint, also er und Ugo Pratt mussten sich sozusagen ergeben und dieser Moderne mitlaufen. Und eigentlich hat es ihnen gefallen und genauso ist es dann eben in der Comicfigur wiedergegeben worden. Sie haben ja auch Scenarios, also Geschichten von Ugo Pratt gezeichnet. Und wie stregge waren die Vorgaben? Hat er ihnen wirklich, er ist ja auch ein unglaublich guter Zeichner, also hat er ihnen wirklich die Seite schon vorskizziert, panel für panel, bild für bild? Oder hatten sie auch eigene Freiheiten, was die Aufteilung der Seiten betraf? Also war es eine ganz, ganz starre Vorgabe oder war es richtig Teamwork, wo sich jeder in beide Bereiche eingebracht hat? In questa collaborazione con Ugo Pratt siete stati liberi di fare ciò che volevate voi? Oppure pagina per pagina è stato detto da lui? Sì, certo, la sceneggiatura era pagina per pagina, però io avevo la massima libertà di mettere in scena questa sceneggiatura. Per esempio, per la prima storia che abbiamo fatto, che tutto ricominciò con un'estate indiana, si chiamava la storia, le prime sei pagine per Ugo Pratt erano mute, cioè non c'era dialogo, c'era solo azione, sei pagine erano. Ma erano talmente belle che io le ho dilattate e le ho fatte diventare undici pagine. E nella pubblicazione finale sono undici pagine completamente mute. E lui mi ha lasciato la libertà totale di fare, insomma. Io non ho mai cambiato una sola parola del suo dialogo, ma per tutto il resto ero libero di aggiungere, di interpretare, eccetera. Lui da disegnatore ha sempre avuto un grande rispetto per un altro disegnatore. Quindi, a differenza di quando ho lavorato con Fellini, in cui il regista era lui, era Fellini, io dovevo solo eseguire gli ordini, fare la brutta coppia, fare una bella coppia, correggere una bella coppia, rifarla. Cioè, ero a disposizione, ero solamente quello che dava una forma, diciamo, alla sceneggiatura di Fellini, ma è chiaro che il potere totale ce l'aveva lui sulla storia. E per me è stata una scuola molto severa, ma anche molto importante, che rifarai subito. Ma invece per Hugo Pratt c'era la massima libertà. Io rispettavo la sua sceneggiatura, però avevo la libertà di muovermi come volevo. Also, es gab gewisse Vorgaben, aber trotzdem war er immer frei, wenn er etwas ändern wollte, was er aber kaum machen wollte, weil es so fantastische Werke von Hugo Pratt schon vorgegeben waren. Zum Beispiel im allerersten, das er mit ihm bearbeitet hat, waren die ersten Seiten, also sechs, glaube ich, waren das, still, also kein Gespräch, und er hat das dann in elf stille Seiten abgeändert, weil er das so gut fand. Also, es war eigentlich wirklich eine abgesprochene Zusammenarbeit. Er konnte was ändern, hat es auch manchmal getan, und durfte das dann auch. Anders war das eben mit Fellini, da gab es feste Vorgaben, und es war eher so, dass das abgearbeitet wurde, was gefragt wurde. Also, eine sehr strenge Schule, aber er würde sie jedes Mal wiederholen. Ja, auf Fellini wäre ich jetzt sowieso zu sprechen gekommen, wenn man eben Guilla Manara, Hugo Pratt, und als dritter großer italienischer Name fällt einem natürlich der Federico Fellini ein. Sie haben ja auch einige Filmplattate für ihn gestaltet. Es gibt ja auch das Gerücht, dass er die Flash Gordon-Comics-Serie zur Zeit des Drittreichs des Zweiten Weltkriegs selbst getextet hat. Am Rande stimmt das eigentlich. Hat er wirklich Flash Gordon getextet. Fellini hat Fellini Comics gemocht. Wäre er vielleicht lieber Comiczeichner als ein Regisseur geworden? Das reicht einfach als Frage, ne? Jetzt möchte ich sprechen von Fellini, von dieser Stelle. Und seine Collaboration hat auch quadri von Filmen für ihn. Und wenn er wirklich die Person, der schritt... Flash Gordon, also den Zeitungscomum Flash Gordon, der weiter getextet hat, als das nicht mehr möglich war, als die Amerikaner... Also, er hat wirklich geschrieben, dass er wirklich Flash Gordon hat. Ja, es gibt dieses Jahrzehnte, in den letzten Jahren, Flash Gordon hat einen anderen Namen, wie zum Beispiel Superman, das Name der Nambo-Kid. Er hatte einen Namen italienischen Namen, all'epoca non si poteva adottare i nomi americani e anche le storie di Flash Gordon venivano scritte qualche volta dagli autori italiani venivano italianizzate Fellini, ancora molto giovane lui è del 1920 e quindi intorno al 40, 42, 43 aveva scritto una sceneggiatura o due sceneggiature per il Flash Gordon italiano però non quello americano però dopo ha scritto vari fumetti che erano però dei fumetti comici non erano dei fumetti di avventura e straordinariamente ha concluso la sua carriera così come l'ha cominciata facendo i fumetti l'ha conclusa facendo i fumetti questo è stato una grande festa un honore per il fumetto ricco Also ja, er hat eben bei dieser Geschichte über die letzten Jahre des Krieges hat er einige Geschichten für Flash Gordon geschrieben aber für das italienische Flash Gordon also italienisiert sozusagen und wie er seine Karriere eben dann angefangen hat mit den Comics hat er sie dann auch beendet und ja, also 1943 hat er zum Beispiel auch Geschichten für den Flash Gordon geschrieben Wie kam der erste Kontakt zustande mit Federico Felini? Wie habt ihr den ersten Kontakt mit Federico Felini? Ah beh, perché dunque eravamo nell'85 e nel suo 65esimo compleanno lui era di novembre del 1920 e è stata organizzata da un giornalista in Italia una mostra in omaggio per festeggiare Felini una mostra del disegnatore di fumetti sapendo di questa sua simpatia per i fumetti e io ho partecipato a questa mostra facendo una piccola storiella di 3-4 pagine omaggiando forse più i fellini disegnatore che i fellini cineasta e però non pensavo mai che lui avrebbe visto questa storiella invece lui l'ha vista e mi ha chiamato al telefono mi ha detto che era stato molto commosso da questa storia e mi ha chiesto, mi ha detto che se volevo potevo andare a trovarlo a Cinecittà lui stava girando La nave va all'epoca e naturalmente subito sono andato a Cinecittà e ho avuto la possibilità di vedere gli ultimi film ho fatto i manifesti dei suoi ultimi film e poi negli ultimi 5 anni della sua vita non girava più film perché non c'era più finanziamento perché l'Italia è un paese molto curioso e quindi ha dirottato sul fumetto delle idee e delle sceneggiature che lui forse avrebbe potuto fare nel film per fortuna mia e per fortuna però della storia del cinema quindi circa am 65. Geburtstag von Fellini und da wurde eine Ausstellung für Fellini eben gemacht für seinen Geburtstag und da zeichnete er eine kleine Geschichte die Fellini sehr beeindruckt hat und fragte dann gleich nach ob er denn für seine Filme eben diese Plakate machen würde und somit ist dann eben die Zusammenarbeit mit beiden entstanden Ja, es ist sicherlich auch etwas ungerecht wenn wir Emilio Mandara haben und wir sprechen über Fellini und wir sprechen über seine Geschichte und dann haben wir eine Geschichte über diese Geschichte über diese Geschichte und dann von Vincenzo Cerami, das ist ein Oscar für Benigni, für die Literatur. Ich habe diese Glückwunnen, um zu collaborieren zu können, um zu zeigen, um eine Geschichte zu einem großen Artisten zu zeigen, dann ist es sehr anders zu schreiben oder zu zeigen, Aber ich denke, ich kann nicht sagen, ob es derjenige oder derjenige ist. Es ist nur eine wirkliche Fortuna und eine wirkliche Fest für mich. Ich habe die Möglichkeit, diese Erfahrungen mit anderen zu spüren. Ich habe auch eine große Freude daran gefunden, die Zeichnungen für die fertigen Geschichten anzufertigen. Und es ist ein großes Glück für ihn. Ja, Erotik spielt eine ganz, ganz große Rolle in Ihren Comics. Man hat manchmal den Eindruck, Sie haben mehr Spaß daran, erotische Geschichten zu erzählen als, sagen wir mal, geradlinige Abenteuergeschichten oder konventionelle Comics. Wie wichtig ist Ihnen persönlich das erotische Moment in Ihren Comics? In den Ihren Muskeln können wir in Ihren Lübenen oder Ihr einen Stockバuch? Sind Sie? Nein, die Erotikin ist eine sehr wichtigste Sache. Man könnte man auch noch etwas normale zu schreiben? Was für ein großes Fortunatzer in Ihren Üben? Vielen Dank! Erotikin, in meinen Beираhan, in general und vor allem in Ihren Textим, Ich glaube, die Menschen, die ich schreibe, haben einen wichtigen Ruhigen. Wenn ich 40 Jahre alt habe, habe ich diese Benedetta Karriere angefangen, war ich giovane von 40 Jahren, war der Erotismus, in meiner Leben war, aber nicht nur in meiner Leben, sondern auch in meiner Leben, in meiner Leben, in meiner Leben, in meiner Leben, war eine Art und Weise, aber für uns war wichtig ist, anstatt, wenn wir das erste Mal haben, in unserer Rolle, 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 in unserer Rolle. Ich habe das ganze Verkaufel, in unserer Geschichte, in unserer Geschichte, auch in einem guten Weg, wie wir uns im Leben, wie wir uns im Leben, als genere animale di questo pianeta insomma, noi dobbiamo fare tre cose nascere, riprodurci e morire altro non dobbiamo fare l'unica cosa che dobbiamo fare è questa la nascita e la morte sono indipendenti della nostra volontà la riproduzione invece dobbiamo metterci del nostro insomma, dobbiamo metterci un po' di buona volontà e forse è per questo che è così seducente perché se no ci saremo già estinti se fosse una cosa disgustosa diciamo, non saremmo arrivati così avanti per cui l'erotismo è davvero una cosa seducente, è davvero molto bello io mi stupisco che in altre storie non ci sia perché mi pare che nella vita di ognuno di noi abbia un posto talmente importante insomma, che non capisco proprio perché deve essere negato o nascosto che deve essere negato che deve essere negato e che deve essere negato und sterben und naja, sich zu vermehren ist dann natürlich das Lustigste an der ganzen Sache und das wollte er dann eben auch in seinen Comics wiederbringen und der wundert sich auch dass in manchen Comics Erotik gar keine Rolle spielt also warum sollte man Erotik verstecken oder es nicht vorkommen lassen, also es ist eigentlich ein Muss Normalmente tutta la grande narrativa insomma della Busea in nostri zone è basata su due punti fondamentali, Eros e Tanatos l'amore e la morte, insomma è questo un po' la grande struttura della narrativa ora Tanatos lo troviamo anche sui giornali spesso cioè l'aspetto funebre la morte insomma la morte violenta o la morte anche naturale così è certo uno dei grandi argomenti insomma ma io preferisco Eros non vedo quale sia poi l'eccezionalità insomma c'è chi preferisce Tanatos e sono la maggior parte purtroppo e c'è chi preferisce Eros io preferisco Eros in senso proprio anche energetico insomma Eros è è la forza che fa rifiurire gli alberi alla primavera è è è la natura che si rimette in moto dopo l'inverno insomma questo è Eros è la celebrazione l'inverno l'inverno weiße nicht hoffi hoffi che che non singe o o o o hoffi hoffi in Italia un po' o è è in Italia è stato molto difficile di vendere der Erotismus. In Italien ist es auch ein Problem, haben wir auch keine Censure? Nein, ich habe wirklich keine Censure, nur in Südafrika. Ich habe einen Journalisten von Mandela, vor dem Apartheid, in 1980. Ich habe einen Journalisten von Città del Capo, mit einem Elenken von Bibli. Ich habe einen Journalisten von Bibli, dann habe ich einen Journalisten von Marcuse, weil ich in Ordnung von dem Alphabetisch war. Aber das war die einzige Verenensurte, die ich habe. Ich möchte, in der Zeit, ich gehe mit dem Editorieren. Ich bin nicht mehr mit dem Editorialen. Wenn ich mich über den Verenensurte habe, mir sagen, dass man ein Problem haben, dass eine bestimmte Sache ist, weil es nicht mehr System ist, nicht mehr System ist, sondern es ist mehr oder weniger, dass der Editoren haben, dass der Zeit, dass eine Publikation nicht vorrige, also ich prefer, es ist eine komplizität mit dem Editoren. Deswegen kann ich nicht sagen, wenn es der Editoren zu fragen, ob ich etwas verabschiedet habe. Ich kann es nicht mehr, wenn es das so ist, 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 Es geht nur darum, zu sehen, dass man ein Körper mehr löst. Das ist nicht so wichtig. Es sind eben kleine Veränderungen, aber jetzt so ein Verzicht auf irgendetwas hat es nicht gegeben und das war auch die einzige Zensur, die erhalten hat. Sie haben ja auch für amerikanische Verlage gearbeitet, sowohl für DC Vertigo, Sandman, als auch für Marvel, X-Men, wohl doch eher X-Woman. Gab es da Vorgaben, was Sie machen dürfen, was Sie nicht machen dürfen oder eher nicht? Ah, ja, ich wollte nur sagen, dass ich dieses Journal habe in meinem Studium, insieme an alle anderen großen Prämien, die ich in meiner Karriere habe, hat auch dieses Journal, auf dem man die Liste von Libere Prendite hat. Also, diese Zeitschrift, auf der eben diese Liste mit den zensierten Werken, die er nicht veröffentlichen durfte, hat er auch in seiner Wohnung, hat er die hängen, weil er das eben sehr wichtig fand. So, ähm, mit amerikanischen... Ja, amerikanische Comics, wie X-Men oder Sandman, was da Vorgaben war, aber er konnte auch wieder machen, was er wollte. Ehm... Con i Fumetti americani ha avuto sempre... Cioè, vi hanno detto cosa fare? Un piano sempre fatto oppure aveva la sua libertà? No, no, i Fumetti americani nessuna libertà. No, anzi, addirittura loro danno la carta, la carta proprio per disegnarci sopra. Beh, questo mi ha un po' messo in difficoltà, perché io, in genere, disegno su strisce. Mi ha insegnato questo Goprat, appunto. Non disegno sulla tavola intera, ma disegno sulla striscia. Poi mettendo insieme tre o quattro strisce si ottiene la pagina. Mentre per Marvel, ma anche per la DC, quando ho fatto qualcosa per DC Comics, ti mandano loro la carta con tutte le gabbie, diciamo, stampate in azzurro sulla carta. E' un formato più piccolo di quello a cui sono abituato a lavorare io. E non è una carta buonissima, quindi, se si sbaglia, io sulla mia carta, che è una carta Scheller, fra l'altro tedesca, che è una carta splendida, posso correggere con la lametta e grattare, perché la carta sostiene questo trattamento così violento, invece sulla carta degli americani non si può correggere così, quindi io mi trovavo abbastanza in difficoltà, ecco. Quindi, voglio dire, proprio non c'è modo di avere la minima autonomia, bisogna fare esattamente... Ecco, l'unica differenza è che noi in Europa facciamo il balloon, lo spazio per parole, lo facciamo proprio nella vignetta, mentre gli americani lo aggiungono dopo. Quindi io la vignetta la faccio senza balloon e viene aggiunto dopo al computer, insomma vengono aggiunte le battute, in certi casi addirittura rendendo, diciamo, meno pesante il disegno, cioè facendo come una trasparenza, ecco, senza fare veramente il bianco del balloon, ma rendendo più leggero il disegno in modo che le parole risaltino bene. Ma a questo ci pensano i grafici della Marvel o della DC, appunto hanno lo stesso procedimento. Oltre a questo, insomma, c'è proprio un obbligo di seguire strettamente la sceneggiatura, addirittura ti dicono prima vignetta in alto, orizzontale, seconda vignetta... Danno indicazioni molto, molto precise, perché i veri autori, diciamo, del comic americano sono gli sceneggiatori, non i disegnatori. Loro sono considerati i veri... così come per molti anni al cinema il vero autore era il produttore, non il regista. Il regista eseguiva gli ordini del produttore. E i disegnatori sono davvero a servizio dello sceneggiatore, insomma, sono gli sceneggiatori che inventano i personaggi. Qualcosa è cambiato con Frank Miller che ha reinventato certi personaggi, ha dato una connotazione anche psicologica diversa a Batman, per esempio. però ancora adesso il disegnatore è tenuto a rispettare scrupolosamente la sceneggiatura. In americani comics gab es stricte Vorgaben, keine eigenen Anmerkungen daran. Es war wirklich alles vorgegeben, sogar das Papier, die Kästchen, er zeichnet gerne auf Streifen und setzt sich dann das zu einer Seite zusammen und eben bei dem Papier, das vorgegeben wurde, waren die Kästchen eingetragen, die Seitengröße, die auch anders war, die war kleiner und deswegen ein bisschen schwieriger. Das Papier war auch nicht sehr gut auch für den Papier, das er eigentlich benutzt, das deutsches Papier ist. Kann man, wenn man einen Fehler macht, den mit einem scharfen Gegenstand wieder beherrschen? Schellerkantener Papier. Schellerkantener Papier, ja. Kann man das mit einem scharfen Gegenstand wieder entfernen und eben auf diesem vorgegebenen Papier aus Amerika ging das nicht. Also Fehler zu machen war unmöglich. Und als er eben bei der Marvel oder DC gearbeitet hat, war wirklich alles strikt vorgegeben. Und was er eigentlich mitgenommen hat, was genauso in den amerikanischen Comics war, ist, dass die Sprechblasen erst später zugefügt werden, damit eben die Schrift in den Sprechblasen mehr rausspringt, also dass der Text wirklich gut lesbar dann eben auch erscheint. Ja, ne, eine letzte Frage. Herr Mannara, woran arbeiten Sie aktuell und worauf dürfen wir uns noch freuen in Zukunft auf welche Comics verliegen? Also, per l'ultima domanda, mit dem Comic sta lavorando, cioè in dem Moment und in Zukunft? An dem Momentum sto lavorando su una storia che mi appassiona moltissimo ed è la storia di Michelangelo Merisi da Caravaggio der grande pittore del Caravaggio è una storia terribile, bellissima, appassionante perché lui ha avuto una vita terribile, bellissima, appassionante divisa in due capitoli il primo capitolo riguarda la sua vita fino all'omicidio lui ha ammazzato un uomo, Ranuccio Tomassoni e la seconda parte, invece il secondo volume sarà tutta la sua vita dopo l'omicidio quindi lontano da Roma durante la fuga che lui ha avuto a Napoli, a Malta nella regione di Malta, in Sicilia, eccetera quindi è una vita veramente picaresca di grande avventura e di grande spirito rivoluzionario questo era davvero un uomo insofferente nei confronti di tutte le autorità poi questa morte bruciata dal sole naturalmente ci sono vari episodi che riguardano anche i rapporti che lui ha avuto con altri pittori e in particolare con delle ragazze perché c'è una teoria sull'omosessualità di Caravaggio che però non è mai stata provata ma comunque non è neanche tanta importanza lui ha avuto dei rapporti molto importanti con le sue modelle con la ragazza che conosceva con una zingara che gli aveva predetto una zingara dell'est probabilmente rumena che lui ha dipinto e rappresentato che gli aveva detto che lui era una specie di vampiro gli ha detto di guardarsi dall'aricio del sole e in realtà poi lui è morto proprio sotto il sole gravemente ferito era sbarcato a Porto Ercole vicino a Roma diciamo per cercare di ritornare a Roma dopo la condanna a morte e la nave che portava i suoi quadri si era allontanata lui l'ha inseguita correndo lungo questa spiaggia eravamo in Luglio finché è caduto in ginocchio ed è morto così proprio bruciato dal sole questo è il pittore della tenebra perché Caravaggio è il pittore della tenebra e di queste luci improvvise che squarciano le tenebre che ha ammassato dal sole è molto simbologico questo personaggio di essere essenzial perché bisogna raccontare la storia di questo bittore bisogna raccontare anche per la storia di questo bittore anche se si non capisce anche se si non capisce è davvero entusiastica quindi è un'attività Michelangelo con Caravaggio e che ha fatto in due settimani il suo lavoro prima di Caravaggio il suo morto il suo morto e dopo Caravaggio il suo morto il suo morto Geschichten mit den Frauen oder der Homosexualität, weil ja auch das Gerücht umging, dass er eben auch Interesse an Männern haben könnte, aber das ist total unwichtig, denn es wird eben nur aufgeführt, was eben in seinem Leben passiert ist. Und dort eben auch die Begegnung mit einer Zigeonnerin, die ihm eben gesagt hat, er sollte sich im Spiegel ansehen und seine Augen betrachten, da er irgendetwas Vampirisches an sich hat, also wie er Vampir aussah und ebenso ist er dann auch gestorben, durch die Sonne verbrannt und seine Bilder, also Caravajos Bilder, waren immer sehr düster gehalten und deswegen ist dieser Widerspruch in sich, dass er dann eben von der Sonne und dem Licht und den Lichtstrahlen eben, ja, getötet worden. Ja, ich habe da hinten schon Handzeichen bekommen, wir müssen das Gespräch leider beenden, aber ich glaube, das war eine sehr, sehr schöne Runde und ein sehr tolles Gespräch, bevor ich mich bei Herrn Manara bedanke, möchte ich mich bei der Vanessa bedanken, die macht das nicht professionell. Vielen Dank, dass Sie auch dafür gesorgt, dass die Antworten manchmal auch nicht ganz kurz ausfielen, also vielen, vielen Dank Vanessa und ganz, ganz vielen Dank natürlich an Bilo Manara. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank.